und das hat mir so gut getan. Ich liebe singen und wenn man das noch in Verbindung bringt, jetzt lebe ich einen Moment hier, dieses Reichtumsgefühl. Ich war in einem riesen Garten, das ist fast wie ein Park. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Serie. Wir testen die besten Money-Manifestationstechniken. Heute wieder zusammen mit der wunderbaren Susanna Belloni. Grüß dich Susanna. Hallo Martin, ich freue mich auch. Heute haben wir eine ganz besondere Methode, nämlich die Arigato-Methode von Ken Honda. Susanna, schildere doch unseren Zuschauern mal kurz, um was es bei dieser Methode geht. Es ist eigentlich eine Dankbarkeitsmethode, denn Arigato, wissen vielleicht die meisten, heißt Danke auf Japanisch. Aber nicht nur das. Es geht darum, diese Dankbarkeit stärker mit Geld zu verknüpfen, diese starke, freudvolle Energie und zwar auch beim Geld ausgeben. Wir freuen uns meistens, wenn wir Geld bekommen oder gewinnen oder erhalten auf irgendeine Art und Weise, wenn es zu uns kommt. Und jetzt geht es darum, dass wir das auch loslassen und zwar mit spielerischer Leichtigkeit und Freude, am besten mit einem Arigato, so wie es wir zwei schon geübt haben. Mehr dazu haben wir im Erklärungsvideo, wer sich das noch genauer zu Gemüte führen möchte. Ja Martin, wie ist es dir mit dieser Technik ergangen? Ich habe grandiose Erfahrungen gemacht mit dieser Technik, Susanna. Allerdings davor darf ich auch noch mal erwähnen, wie du schon gesagt hast. Also die Zeiten momentan sind ja nicht die einfachsten. Wir haben eine Inflation. Wir sind in einer Krise immer noch. Es gibt Kriege auf der Welt. Also sich damit in Verbindung zu bringen und zu sagen, gut, obwohl es vielleicht mir auch momentan finanziell nicht so gut geht, schaffe ich es trotzdem, mich in einen guten Gemütszustand zu begeben. Und dazu soll diese Methode auch dienen. Und wie du gesagt hast, es geht ums Geld, aber es geht auch darum, wirklich bedankbar zu sein für die Momente, die man lebt. Und ich hatte einen super Effekt, in dem ich nämlich festgestellt habe, dass ich insgesamt über 10.000 Euro in meine Scheidung gesteckt habe und da so eine Zusammenfassung gemacht habe. Vom Ausgaben habe ich mir jedes Mal Arigato gesagt. Und bin dann in so einen guten Zustand gekommen, weil ich mir gesagt habe, diese Investition, die lohnt sich einfach, weil ich weiß, dass das Geld wieder zu mir zurückfließt. Zum einen, ich habe da das volle Vertrauen und zum anderen, weil ich weiß, dass es wichtig und entscheidend war, in die Freiheit zu kommen. Und das war eine meiner wohltuenden Erfahrungen, die ich mir wirklich verinnerlicht habe, um zu verstehen, gut, das darf sein. Manchmal gibt es Tiefs, aber die dürfen stattfinden, um wieder in dieses Hoch zu kommen, in dieses emotionale Glücksgefühl, was wir alle anstreben. Hast du auch sowas erfahren? Ja, also bei mir ging es ein bisschen an oder mein Erlebnis war ein bisschen anders dadurch, dass wir dieses Erklärungsvideo ganz zu Anfang gemacht haben. Und da hatte ich so viel Spaß dabei, mit dir Arigato zu sagen. Da ist irgendwie, hat das schon so ein Hype bei mir begonnen, mit diesem Wort, ja, dass ich dann dauernd das so im Ohr hatte oder im Kopf. Und dann ging das voll gut. Also ich fand das jetzt, das Miteinander, das zu machen und so auch ein bisschen dieses Blödeln dabei haben. Dieses, ja, lustige, spielerische, das war für mich der Schlüssel. Denn einfach so wie ein braver Japaner, danke, danke sagen, das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Also das hat mich nicht in diese Emotion gebracht. Und ich habe auch gemerkt, dass es bei mir sehr viel gelockert hat. Also ich, das war mir nicht bewusst, wie verspannt ich bei den Ausgaben war und streng und schon vorkalkuliert habe, was ist dann, was ist dann. Ich bin viel mehr ins Hier und Jetzt gekommen und in die Freude mit Geld. Also ich finde es top. Ich muss das unbedingt beibehalten und nicht aufhören damit, weil das ist jetzt absolut meine Lieblingstechnik. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Warhead Takaneda auch sagt, und das ist so der Warren Buffett von Japan, also der Finanzmagnat, dass es eigentlich nur diese Technik braucht. Finde ich sensationell. Also es ist schwer zu glauben. Ich weiß nicht, ob ich das glaube, aber ich möchte es behalten. Ich finde es genial. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall begibt man sich da in so einen super Zustand. Ich hatte auch einen kurzen Zwist. Ich bin ja momentan bei Beherbergt von meinem einen Kumpel in Südfrankreich und wir hatten eine kurze Auseinandersetzung. Und dann hat er mir aber eine Tätigkeit gegeben, letzt gestern Abend, dass ich dort den Rasen mähe. Und ich habe, weil ich keine Ausgaben hatte, habe ich mir gesagt, ah, jetzt investiere ich meine Zeit ins Rasen mähen und eine körperliche Tätigkeit. Und habe dann während dem Rasen mähen, der ist ja relativ laut, das ist so ein größeres Gerät, habe ich dann Arigato gesungen. Ich habe mir dann vorgestellt, Ari. Ari ist auch mit Arie in Verbindung. Also habe ich geschrien, Arigato. Und das hat mir so gut getan. Ich liebe Arie singen und wenn man dann das noch in Verbindung bringt, jetzt nehme ich einen Moment hier, dieses Reichtumsgefühl. Ich war in einem Riesengarten, das ist fast wie ein Park, war ich da auf meinem Rasenmäher und lasse mich da voll mitbewegen. Das hat mir super gut getan. Und zum anderen noch ganz kurz, Arigato ist ja auch, wenn man die zweite Silbe benutzt, nämlich Gato, dadurch, dass unser Universum allmächtig ist und auch mehrsprachig. Gato heißt auf Französisch oder ist Französisch für Kuchen und auch Spanisch für Katze. Und weil ich so oft Arigato gesagt habe oder auch gedacht habe, habe ich mittlerweile ist eine Katze jetzt immer, es kommt jetzt immer zu mir, die steht jetzt immer vor der Tür und will was von mir haben. Und zum anderen habe ich ein Kuchenrezept bekommen von einem meiner Lieblingstorten, der kommt aus Jamaika, das nennt sich Hummingbird-Torte, also die Kolibri-Torte und die ist super lecker. Und da habe ich das Rezept letztens zugeschickt bekommen in den letzten Tagen und daher aufpassen, deswegen immer aufpassen, was man so manifestiert, auf welcher Sprache, was das auch in anderen Sprachen zu bedeuten hat. Das kann gefährlich werden. Ich finde voll witzig. Ja, du, bei mir war es finanziell so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe viel mehr als sonst. Also ich habe echt gemerkt, wie das mein Verhältnis zu Geld verbessert hat. Ich fühle mich freier, ich mache mir nicht mehr so viele Gedanken, ich rechne nicht mehr so voraus. Ich bin so richtig ins Vertrauen gekommen von dieser positiven Energie, dass das gar nicht anders kommen kann. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe mir viel von Ken Honda angehört, weil ich ihn einfach einen tollen, positiven, lieben Typen finde und ich habe für meine Freunde, die haben es so mit Engel, ich nicht so, aber als ich dann gehört habe, dass der Ken Honda so eine kleine Engel-Meditation macht, die hat mir dann doch gut gefallen und dann haben wir gedacht, ja, für meine Freunde und das fand ich ganz witzig. Link findest du gerne in der Beschreibung, wenn du die mal ausprobieren möchtest und da geht es eigentlich darum, dass man mit den Geldengeln mit Geld spielt, wie mit einem großen Ball hin und her wirft und da habe ich mir gedacht, ja, wenn ich gerade nicht am Geld ausgeben bin, mache ich die Meditation und sage mir, bei jedem Mal, wenn ich den Geldball oder den Geldbatzen, egal wie man es nennen möchte, weiterwerfe, sage ich auch Arigato, Arigato und bin eigentlich ständig im Arigato-Training, sodass das so richtig verinnerlicht wird. Auch noch als kleiner Tipp dazu. Ja, genial und Ken Honda ist ja auch ein Unternehmer und wenn man vielleicht auch mal nicht viele Geldausgaben hat und dadurch diese Dankbarkeit trainieren kann anhand der Ausgaben, dann für mich ist es auch ganz wichtig, dass man auch sich immer wieder bewusst wird, dass die Zeit ja auch eine Investition ist, eine Energieaufwand und sich dann auch sagt, ich habe jetzt, ich bin dankbar dafür, Arigato, dass ich jetzt Zeit reingesteckt habe in Videos oder ich habe auch viel jetzt in letzter Zeit mich darum gekümmert, gewisse unternehmerische Tätigkeiten zu investieren und habe mir da erlaubt, auch weil ich gesagt habe, ich bin jetzt dankbar dafür und kann mir das erlauben, andere Menschen anzusprechen und zu fragen, ob sie mir ein Darlehen geben für meine Investition in zum Beispiel eine Permakultur will ich investieren und da brauche ich Leute, die mir da was unternehmerisch tätig werden und mir Geld leihen. Also da gibt es Möglichkeiten und sagen, die Zeit ist Geld in dem Zusammenhang, ist eine Investition, darf ich auch dankbar sein dafür. Ja, einen Tipp habe ich noch und zwar, was ich auch gemacht habe, ich bin in meiner Erinnerung zurückgegangen und zwar habe ich ja auch Zahlungen getätigt, wo ich nicht so glücklich war, wo ich noch nicht in der Übung mit Arigato war und da habe ich jetzt im Nachhinein dafür Arigato gesagt. Also ich habe immer nochmal im Kopf durchspielen lassen und gesagt, danke, danke, das war super, dass ich das locker und lustig habe und frisch und frei habe zahlen können. Und das gewöhne ich mir jetzt um und ich glaube, man verändert dadurch auch ein bisschen seine Erinnerung. Also okay, sei dahingestellt. Aber das kann man natürlich auch machen. Also man kann das sehr kreativ sein und einfallsreich, um diese Arigato-Technik einfach mehr zu trainieren. Auch wenn ich jetzt im Augenblick gerade nichts zahlen muss. Nächste Woche sind wir wieder mit einem neuen Video am Start. Da geht es darum, was passiert mit der Perl-Taucher-Technik. Eine Eigenkreation von uns, die wir bisher noch nicht mit Geld in Verbindung gebracht haben, aber jetzt gerne für euch testen, um auch mehr Geld in dein Leben zu ziehen. Genau, also dranbleiben und wenn es dir gefallen hat, lass uns ein Like oder ein Abonnieren da, denn es geht spannend weiter. Und wenn du Erfahrungen gemacht hast mit der heutigen Technik von Ken Honda, dann schreib es auch gerne in die Kommentare und lass uns wissen, wie es herbeigegangen ist. Genau, wir freuen uns auf dich. Also Martin, alles Liebe und Arigato! Arigato! Danke fürs Zuschauen!